ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Zu weit. Das war zu weit. Mist. 153, ja klar. Die Pilze sind geil. Ich brauche noch einen Heiltrank. Gestern habe ich ein paar Bauern vor Banditen beschützt. Ich hatte sie schon fast, aber einer von ihnen schließt sich von hinten an und schlug mich nieder. Zum Glück konnten die Bauern fliehen und keiner wurde verletzt, aber ich habe eine schwere Gehörnerschüttung. Mein Kopf hört nicht auf zu dröhnen. Hallo Alchemist, ich bin ein Heiler und brauche einen Trank, um meine magischen Kräfte wieder herzustellen. Kannst du mir helfen? Einen magischen? Achso. Weil ich erst gesagt habe, Manna ist scheiße. Manna war glaube ich das hier. Ja. 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 Ich verwandle sie jetzt nach oben. Das hier. Ja. Das komplett bis zum Ende und dann mit bisschen Wasser verbinden. Dürfte eigentlich doch fast perfekt werden. Barker Mannertrank, fertig stellen. 73, ja geil. Warum hat mein Nachbar immer eine üppige Ernte und fettes Vieh, während ich nichts anbauen kann, ganz zu schweigen davon, dass alle meine Tiere zum Ende des Winters verendet sind? Ist das gerecht? Nein, ist das nicht. Du musst doch ein paar Feuertränke haben, oder? Ich brauche einen, um meinen Nachbarn die Flammen der Gerechtigkeit spüren zu lassen. Ich wollte mal versuchen, gerade so eine Scheiße, wo sie einfach nur irgendwelchen Leuten Schaden anzufügen wollen. Einfach die Leute wegzuschicken. In der Hoffnung, dass dann die Reputation steigt und wir davon vielleicht irgendwas spüren. Reputation plus 10, ja nice. Aber ich glaube, beliebt hätte es dann gefallen. Ich hatte wirklich Pech mit meinen Soldaten in der Kaserne. Wenn das Licht aus ist, fangen sie alle an zu schnarchen wie eine Herde Schweine. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich mal anständig geschlafen habe. Hast du einen Schlaftrunk? Haben wir Schlaftrunk überhaupt schon erforscht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich schaffe einen Schlaftrunk. Schlafen. Füttze, noch mal Eis leben. Steinhaut, Wachstum. Wenn dann würde ich das vielleicht sogar hier unten irgendwo verorten wollen. dann machen wir von hier aus weiter dann machen wir von hier aus da unten wäre ein Effekt dann machen wir von hier aus Jetzt vorsichtig, vorsichtig. Egal, ähm, du hast einen neuen Effekt, äh, aber welchen? Heilung 3, Verlangsamung 2, cool, boah, nicht das, was ich brauche. Davon hätte ich eben noch übelst viele und davon, siehst du, wir könnten da oben in der Ecke mal gucken gehen. Musik 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 Jetzt kommen wir an ihren Problemen. Dort oben sind Haufen Knochen. Musik Wie kommen wir da am dümmsten durch? Musik 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 Ah, das war dumm gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, auf den letzten Millimeter. Ich glaube, hier oben müssen wir mitnehmen, was wir kriegen können. Unsichtbarkeit. Oh, ist das schwer. Ich glaube, den speichere ich mir bald. Ich meine, so krasse Zutaten haben wir nicht vertan. Das ist wirklich ein übelster Sack, nach oben hinzukommen. Jetzt brauche ich den Frost raus. Ich glaube, das ist ein übelster Sack, nach oben hinzukommen. Später haben wir uns den 15.07. Ich glaube, das ist ein übelster Sack, nach oben hinzukommen. Ich glaube, das ist ein übelster Sack, nach oben hinzukommen. Oh, hi Torfino. Jetzt quillt er uns schon mit Dodgers Merch-Stream. Was? Warum? Warum? Warum?